You cannot play poker with a gangster without having some cards up on sleeve. You cannot play poker with a gangster. You cannot play poker with a gangster. Wir sind die letzte Hoffnung, um Hitler zu stoppen. Sie werden einen Deal machen. Morgen oder übermorgen. Ich weiß, das ist das Problem. Warum? Macht euren Deal und Hitler wird noch mächtiger. Wir verhindern einen Krieg. Nein, tut ihr nicht. Tut ihr nicht. Ich weiß, das ist schrecklich für die Tschechien, ist die Gebiete zu verlieren. Aber wenn ihr morgen einmarschiert, werden zehntausende unschuldige Menschen sterben. Ja, wenn wir morgen nicht einmarschieren, dann werden bald vielleicht Millionen sterben. Millionen? Ihr wisst nicht, wer er ist. Wenn ihr es wusstet, keiner von euch wäre hier. Ja. Ich will, dass er sich öffentliche sich auf die Peace verabschiedet hat. Oh, Legate, sicher ist ein Auto. Zu dem Fuhrabend? Nein. Ah, ich muss mein Name vor ihm sein. Es sollte anders sein. Ja, ich wollte einen privaten Meeting mit ihm. Man-to-man. No Officials. Er hat mich zu seinem Apartment gebracht. Was? No Officials? Not even du, Horace. Oh, für Gott's sake. Du kannst nicht sehen Hitler auf deinem eigenen. Ich kann und will. Gentlemen, we must rise till the level of events. I believe the name Paul von Hartmann is known to you. Yes, sir. We were at Oxford together. He has a document in his position. We'd like you to go to Munich tomorrow and get the document. It'll be an act of espionage on the foreign soil. Men and women of Britain and the Empire. As long as war is not begun. There is always hope. Really good to see you again. What do you want from me? We are the last hope to stop Hitler. It's a real plan for Europe. Hitler is lying when he claims to want peace. People will suffer. That document is the proof. They will kill you for even thinking about it. Come here. Was ist hier los? What happened to you? I have to do it. You cannot play poker with a gangster without having some cards up one's sleeve. This movie is a film you will have to wait in the shop. The film is Christmas. In a season, you may be dead. In a season, you will be dead. We will be dead. Come here. We will be dead. Bis zum nächsten Mal.